Ist das neueste Release von Perverse the Mali der Sommerduft 2024? Ja, die Verpackung und die Farbe sieht schon ähnlich aus wie der alter hier, der ist ja vor kurzem eigentlich rausgekommen. Die sind zum Verwechseln ähnlich, aber dieses Orange ist nochmal ein bisschen heller und da steht Perseus drauf. Zumindest denke ich, dass man das so ausspricht. Wir machen das Ding natürlich auf, zack, 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 und machen das schöne Teil mal auf. Ja, Sommerdüfte 2024, da bin ich natürlich mega gespannt und ich habe das Ganze natürlich für euch getestet. Zuerst einmal, es ist nichts Außergewöhnliches oder nichts Spezielles. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es 99% der Menschen da draußen gefallen wird. Es ist ein massentauglicher, zitrischer, ingwerbitterer Duft. Ja, also was zum richtig schönen Abkühlen für die heißen Sommertage. Ich bin mir sicher, dass man nebenbei über 30 Grad auf jeden Fall rocken kann. Dazu haben wir, wie gesagt, so eine bittere Note. Die kommen wahrscheinlich durch die Grabfruit und durch den Ingwer. Und so allgemein muss man natürlich sagen, dass Perverse the Mali sehr, sehr massentaugliche Düfte rausbringt, die auf jeden Fall in der Masse nicht negativ auffallen. Ja, zum Beispiel wie der Layton oder der Haltane oder, oder, oder. Nischendüfte, die perfekt für den Einstieg geeignet sind, meiner Meinung nach. Die Haltbarkeit ist ganz in Ordnung. Ich würde so sagen, so 5, 6, 7 Stunden maximal. Ganz normal für einen Sommerduft. Den Duft und die Proben gibt es natürlich wie immer in der Bio. Checkt es unbedingt ab. Bis dann.